Können wir mal bitte kurz über Rebel Moon reden? Da ist jetzt nämlich der zweite Teil auf Netflix und seit einer Woche auf Platz 1 der Charts. Wir haben in Teil 1 gesehen, wie ein Team zusammengestellt wurde, um eine bitterböse Armee zu besiegen, die Welten und Völker auslöschen will. Das hat zum Ende des Films auch geklappt, der Bösewicht ist tot, alles gut. Nee, nicht ganz. Der zweite Teil fängt nämlich damit an, dass der Bösewicht wiederbelebt wird. So ein bisschen wie Darth Vader bei Star Wars. Jetzt geht es darum, wie das neu gebildete Team endgültig das Imperium besiegen will. Also auch wie bei Star Wars. Netflix schreibt über den Film, es werden unverwüstliche Bündnisse geschmiedet, Heldentaten vollbracht und Legenden begründet. Naja, ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Zack Snyder, der Regisseur, der erzählt ja sehr gerne mal Geschichten unnötig lang. Und genau das passiert auch bei Rebel Moon 2. Die ersten 40 Minuten sind so unfassbar lang. Aber dann geht's los. Dann... Nee, dann geht's leider nicht los, weil dann geht's so weiter, weil jetzt dürfen die einzelnen Charaktere aus Teil 1 sich auch nochmal kurz persönlich vorstellen. Aber auch das super langsam und emotional absolut unbedeutend. Nach einer Stunde geht's dann aber los. Der Kampf gegen Gut und Böse. Aber auch das hat man in jedem Science-Fiction-Film eben schon tausendmal so gesehen. Nur, dass hier sehr viele Zeitlupen-Einstellungen stattfinden. Während des Films sieht man immer wieder einen Roboter. Der war im ersten Teil schon dabei und der hatte im ersten Teil tatsächlich eine relativ süße Geschichte. Der stalkt da im zweiten Teil so ein bisschen rum und man fragt sich die ganze Zeit, wann er endlich eine Bedeutung kriegt. Irgendwann taucht er dann auch für zwei Minuten auf und dann sieht man einfach, dass es der krasseste Typ der Welt ist. So eine Kombination aus Luke Skywalker, Darth Vader und Batman. Ja, aber man sieht ihn halt wirklich nur dann zwei Minuten und dann ist er auch wieder weg. Alles, was ich über Teil 1 gesagt habe, gilt für den zweiten Teil auch. Nur, dass ich den zweiten Teil wirklich wesentlich schwächer fand. Ich bin auch ganz fest der Meinung, dass man beide Filme einfach ganz locker zusammen zu einem Film hätte vereinen können. Der zweite Teil ist nichts weiter als das Ende des ersten Teils, was aber am Ende des ersten Teils nicht gezeigt wurde. Deswegen, wie viele Punkte gebe ich dem zweiten Teil? Vier. Vier von zehn Punkten. Das war nix.